Eisen ist das nach Sauerstoff am zweithäufigsten vorkommende chemische Element auf unserem Planeten. Das liegt vor allem am Erdkern, der fast ausschließlich aus Eisen besteht und für das Magnetfeld der Erde sorgt. Das so stark ist, dass es gefährliche Winde und Strahlungen von der Erde fernhält. Älteste Funde aus Eisen stammen aus Ägypten. Hier wurde das Eisen aus Meteoriten gewonnen und zu Kultgegenständen und Schmuck verarbeitet. Um 1500 v. Chr. fanden die Hethiter heraus, wie man Eisen verhütten kann, hielten dieses Wissen aber zunächst geheim. Erst als ihr Reich um 1200 v. Chr. überfallen wurde, verstreuten sich auch die Eisenschmiede und läuteten so die Eisenzeit ein. Gleichzeitig fand man heraus, dass eine Erhöhung des Kohlenstoffanteils auf ca. 1,5% das Eisen härter und fester macht und es vor allem bei deutlich niedrigeren Temperaturen schmilzt und trotzdem anschließend noch geschmiedet werden kann. Die Geburtsstunde des Damascenerstahls.